Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Runde Trouble in Terrorist Town zusammen mit Fischkopp. Hallöchen. Hirnsturz zockt. Hallo. Jack Fleischhammer. Guten Tag. Und mir. DaluCard. DaluCard. Ich bin Eno. Ich bin äh... Das ist zu Quatsch. Fischkopp. Ich guck auch so, was bin ich? Oh, ich bin preparing. Eno. 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 Ich bin Eno. Eno. Ich bin total unschuldig. Wir erklären das Spiel nicht mehr, oder? Ne. Also, ich glaub, der Stuhl ist es. Der Stuhl... Hier, Fischkopp... Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ja, er hat keine Waffe. Verdächtig. Bitte was? Ich hab keine Waffe. Ich geh jetzt erstmal eine suchen. Ja, ja. Damit er, wenn er schießen kann, verfolgt mal Fischkopp einer. Verfolgt mal Fischkopp einer. Wer ist das hier? Ah! Minjas. Ich hab keine Waffe. Ich kann dir nix tun. Ich glaub, Minjas ist es. Kaputt beißen. Okay. Ganz cool. Also, einer von uns ist Schreiter. Wo gibt's denn hier Waffen? Auf dieser Map gibt's leider nicht ganz so viele Waffen. Ey! Wer war das? Jack ist unten. Jack ist unten in der Vorhalle. Ne, ist er nicht. Ich mach's wieder an. Die... Ah. Wollt. Also, ich hab das Licht wieder... Ah! Irgendwann hat mich angegriffen. Granate. Brandgranate. Irgendwer hat eine Granate geworfen. Minjas? Minjas? Also, wer's nicht kennt... Ich wurde angeschossen. Ach, jetzt... Jetzt kommt's wieder hinter dir. Du warst noch der Suche nach irgendjemand. Licht an. Licht an einer, bitte. Fischkopp war's nicht. Aua, aber warum schlägst du mich? Weil du auf einmal redest, obwohl du eben... Fischkopp schlägt mich. Ja, weil du plötzlich... Fischkopp, mach mal das Licht an. Du bist hammer... Nein. Nein. Okay, Moment, Moment, Moment. Moment. Warte. Minjas? Ich bin's nicht. Ehrlich nicht. Ich bin innocent. Oh, ich hab nur noch zehn. Du hast mich ganz schön runtergehauen. Ich hab eine Stole. Schüsse. Er ist, er ist Darlokant, er ist Darlokant. 100%ig, er hat auf mich geschossen. Der ist hier. Der ist hier. So ein Quatsch. Ehrlich so ein Quatsch. 100%ig ist denn passiert. Der ist nach oben. Der ist nach oben. Der ist nach oben. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche dreist eine Waffe, Leute. Ich muss mich... Unten. Unten. Hinter dem Bild. Boah, Fischkopp hat mich auf 10% runtergeprügelt. Ja, das tut mir leid, wenn du's nicht bist. Ja, weil Fischkopp, es ist... Ich bin's nicht. Nein, das ist Darlokant. Ich bin's nicht. Ich hätte dich doch getötet, wenn ich der Traitor gewesen wäre. Absolut. Ja, Ablenkung. Ja, so. Minias, glaube mir. Mir. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich bin mir wirklich sicher. Jack, Jack, was sind die Beweise? Er hat auf mich geschossen. Das ist kein Beweis. Okay, reicht. Darlokant ist es. Gut. Darlokant ist es. Einige Wunderte. Wer ist das? Jack, Jack. Hast du eine Waffe für mich? Ja, die sind die Traitor. Ich würde dich doch jetzt töten, sonst. Hast du eine Waffe für mich? Ja, die liegt da drin. Da drin, da drin. Wo hier? Hier, hier. Ah, Hilfe! Guck mal, wer dich verarschen will. Minias. Okay, einer von euch. Ich hätte schon. Ich glaube, da Alu ist es. Ich glaube, da Alu ist es. Oh, jetzt haben wir uns. Wir sind, ja, wir sind uns sicher. Da Alu ist es. Da Alu ist es. Okay, alles klar. Der ist nach unten gelaufen. Ich habe keine Waffe, Leute. Wir haben eine Bombe. Ich brauche dringend eine Waffe. Ich glaube, hier haben wir einen Preis. Du hast doch eine. Du hast doch mich. Du hast doch mich. Ah, Hilfe! Der ist da hinten, der ist da hinten. Ich kann mich nicht wehren. Komm raus, komm raus. Oh. Ich laufe hier immer im Kreis. Ist das gut? Ist schlecht? Mach dich das. Wie ist das gut? Oh, mich hat es erwischt. Ähm. Heißt das, dass du mich tot und sagst jetzt nichts mehr? Achso, ich darf nichts. Ich darf nichts sagen. Entschuldigung. Ich habe das Spiel noch nicht so ganz. Ihr müsst mir verzeihen. Ja, aber jetzt. Oh, fuck. Wir sind neu in Terrorist Town. Ja, wir sind neu im Trouble. Wer ist das? Wer war das? Wer war das? Oh, ich weiß, wer es war. Angst, Licht ist aus. Ich weiß, wer es war. Komm her. Doof. Lebt jetzt überhaupt noch jemand? Hier liegt eine Leiche. Wieso machst du Licht an und aus? Was soll ich dir das bringen? Wer hat die ganzen Stühle hinschmissen? Da ist er! Hau ab. Hau ab. Ich bin so schlecht, ich bin mir nie wieder ein Paar. Ich glaube, du weißt, was das wiesiglob Fischkopf ist. Ja, oder? Aai! Na toll, jetzt hat Dalu gewonnen. Minjas, wir müssen, ich war ja auch dabei, wir müssen uns darauf konzentrieren, man darf nichts sagen, wenn man tot ist. Ja, das tut mir leid. Minjas hat von meinem C4 mitgenommen. Bitte was? Ich habe C4 gelegt. Okay. Übrigens dreimal, es gab drei Bomben in der Runde. Was? Die Bomben haben einen ganz schön großen Radeus übrigens. Das müsst ihr wissen. Ja, das habe ich gemerkt. Das ist still, ja. Ähm, ich würde jetzt warten. Okay. Inno. Ich bin Traitor. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass Dalu nochmal Traitor ist. Aber es ist möglich. Inno. Jack fühlt sich verdächtig. Er sucht hier schon eine Stelle, wo er eine Bombe legen kann. Das gibt es doch wohl nicht. Warum gibt es hier keine Waffen? Ich brauche eine Waffe. Ich brauche auch eine Waffe. Nie kriege ich eine Waffe. Hallo? Wer bist du? Wenn ich tot bin, ist es Fischkopf. Dalu ist bei mir. Dalu ist bei mir. Dalu ist bei mir. Dalu ist bei mir. Fischkopf schießt auf mich. So ein Quatsch? Ich habe überhaupt nicht geschossen. Ich habe noch nicht mal eine Waffe. Stopp. Fischkopf. Leute, das ist ein Trick. Leute, das ist Dalus Trick. Leute, das ist Dalus Trick. Ihr kennt ihn auch nicht, weil ihr die Folgen noch nicht gesehen habt. Aber Dalu hat ihm hier sogar beigebracht. Das ist ein Klassiker. Man rennt irgendwo hin. Oh, ich bin bei Dalu. Okay, stopp. 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 Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Leute, es ist Dalu. Ja genau, es ist Dalu, weil es eben war. Das kann nicht sein. Erschieß ihn, Jack. Erschieß ihn. Er hat doch den Trick gemacht, Leute. Du hast eine Waffe. Er ist das doch nicht. Ich vertraue ihm. Ach, Leute. Mir egal. Wieso ist das auf einmal... Hallo? Hallo? Warum tust du das? Ach, nur aus Tests. Das war nur ein Test. Ja, auch nur aus Tests. Aus Tests. Oh Mann, ey. Das ist Dalus alter Trick. Hier ist Dalu. Dalu ist hier. Da ist er. Da schießt er mich. Okay, durch Bild. Durch Bild. Wo denn? Das ist Fischkopf. Es ist Jack. Es ist Jack. Nein. Es ist Jack. Hier, 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 hier. Wo ist er denn gewesen? Ich habe noch nicht mal eine Waffe, Leute. Ich muss mich doch so empfütteln. Ey, willst du mich überraschen? Er hat mich gerade um mich erschossen. Ich bin bei Jack. 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 Es ist Jack. Nein, ist er nicht. Wer schießt? Dalu ist es. Dalu ist es. Der ist nämlich noch am Leben. Ja, wie das? Du bist es, du Assi, ne? Ey. Ich habe keine Waffe. Ich bin innocent. Ich schwöre. Ja, ich schwöre. Ich schwöre. Du bist der erste, der erschossen hat. Dalu, da oben ist er noch. Oh, Jungs. Mist. Achso, Entschuldigung. Oh, Mann. Er war doch nicht. Alle hassen mich. Immer. Und ich habe keine Waffe, um mich selbst zu verteidigen. Ich habe das Gefühl, er war nicht. Ah, ja. Da ist plötzlich Dalu wieder da. Ganz plötzlich. Ich weiß, wer es ist. Na, wer denn? Ja, du bist es. Ich bin es. Aber wenn ich dich sehe, schieße ich dich. Okay, Leute. Leute, ihr wisst Bescheid. Wer hat das Licht ausgemacht? Ja, ja. Ich weiß, wer das Licht ausgemacht hat. Der ist Oma Don. Mach es doch wieder an. Alter. Sag mal, gibt es hier nach irgendwie 10 Sekunden keine Waffe mehr, oder was? Ich wusste es. Ich wusste es. Er ist es. Er ist es. Dalu, Kurt. Dalu, Kurt. Ich hätte dich doch jetzt abgeballert. Du hast mich. Ich hätte doch weiter geschossen. Ich wollte aber nicht dich abballern, sondern Fischkopf. Okay, Leute, es ist Dalu. Es ist Dalu. Ich meine, dass wir darüber noch reden, eigentlich. So ein Quatsch. So ein völliger Quatsch, ey. So ein Fischkopf. Der war auch unten in dem Raum. Oh Mann, ihr habt keine Ahnung, wer ihr vertrauen sollt. Ich hätte dich gerade über den Haufen in diesem Spiel nicht mehr. Ich hätte dich gerade über den Haufen schießen. Es ist ja wohl klar von Anfang an. Dalu ist hier. Dalu ist oben. Ich bin bei Dalu. 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 Fischkopf, schieß zurück noch. Er lebt noch. Scheiße. Ich wusste es. Fischkopf war es. Fischkopf war es. Scheiße. Sie ist aber doch klar. Vertraut mir doch mal ein bisschen, ey. Verdammt, wie geil. Ich bin so scheiße. Und wieso hältst du den Mund, wenn du oben bist? Erstmal die Leute halt aufstehen. Ja, übrigens war das wirklich lustige Geschichte. Ich dachte, ich bin innocent, weil ich unten links nicht geguckt habe. Dalu macht seinen Trick. Ich reg mich Hammer auf. Erklär den Trick. Und merke währenddessen, dass ich Traitor bin. Und dachte mir, ja geil. Du bist so dumm, dass du es nicht gesehen hast. Ich hab dich halt direkt entlarvt. So ein Quatsch. Wieso hast du eine Waffe? Die hat direkt eine Waffe in der Hand. Die lag da, Mann. Fischkopf hat eine Waffe. Die lag beim Spawn. Der hat das nicht gekauft. Da lag keine Waffe. Es ist preparing, Alter. Da lag keine Waffe. Keep it cool. Keep it cool. So, ich glaube, Jack ist es. Wieso denn? Ja, weil du jetzt dran bist. Du verhältst dich. Ey, der hat eine Granate geworfen. Das ist keine Granate. Was denn? Das ist ein Sicherheitsmechanismus. Sicherheitsmechanismus in der Preparing-Phase. Inno. Inno. Ich bin Inno. Okay, Jack hat nicht Inno gesagt. Ich glaube, er ist es. Jack ist es. Wieso denn Jack? Jack hat verzögert gesagt. Was? Du hast eine Stunde, Frau. Ich bin bei Fischkorb. Wenn ich sterbe, ist Fischkorb jetzt. Wo bist du denn? Ach, da. Okay, da. Du hast eine Puppe in der Hand. Wer schießt? Wer schießt? Jack. Das war Jack. Das war Jack. Ich habe überhaupt ja keine Tiegel. Da unten, da unten, wo der Rauch ist. Jack ist es. Jack ist es auf jeden Fall. Jack. Hier wird geschossen. Nein, Minias, wir sind Minias. Hä? Was denn jetzt? Das war Jack. Ja, das war Jack. Geil. Ah, kurze Runde. Schwierig. Sicherheitsmechanismus, mein Arsch. Das war doch. Ich habe nicht nur... Okay, ab jetzt Konzentration. Wissen, das ist Minias, Achtung. Ja, natürlich bin ich es jetzt. Ey, du hast ein Headset. Headshot. Okay. Inno. Traitor. Achso, darf ich ja nicht sagen. Shhh. Also, wie viele Leute ist es ein bisschen wenig, oder? Also, ich finde es lustig. Nein, ich meine, da weiß man doch immer, dann geht es um den Kreis. Nein, es ist random. Nee, es ist random. Du kannst auch zwei Mal hintereinander und so. Okay. Minias versucht sich da ganz hinten zu verstecken. Minias verhält sich verdächtig. Er hält sich wie ein Traitor. Er ist Traitor-Dächtig. Hallo. Fischkopf ist es. Ich glaube, Fischkopf ist es. Okay, Dalu ist es. Dalu? Ich bin bei Dalu. Ich bin bei Dalu, Dalu, Dalu. Ah! Ich habe Fischkopf von mir. Ich habe Fischkopf von mir. Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Ich glaube, Jack hat geschossen von oben. Nein. Nein, nein. Ich habe M16. Okay, Jack hat geschossen. Ja, der M16 gibt es gerade. Ich bin oben bei Jack. Ich bin oben bei Jack. Ich bin oben bei Jack. Fischkopf ist oben bei mir. Gerede einfach weiter. Gerede, gerede, gerede. Dachboden, 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 Dachboden. Hier kann mir nichts passieren. Das kann mir nichts passieren. Wieso hast du mir jetzt so immer die... Dachboden, 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 Dachboden. Jetzt hast du den M16. Jack, 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 Jack. Könnt ihr eigentlich check? Ich bin gebackt. Unten wurde eine Granate geschmissen. Minjas hat eine Granate geworfen. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du. Minjas? Ja? Warum hast du diese Granate geworfen? Welche Granate habe ich denn bitte geworfen? Okay. Wer hat gelogen? Minjas ist im Hauptraum in der Mitte oben. Komm hier nicht runter. Achso, ich kann hier nicht runter. Du wolltest das Drumherum-Spiel spielen, ne? Wer hat geschossen? Ja, ja. Ich bin bei Jack. Jack, 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 Jack. Minjas, du bist das doch nicht... Was bitte? Was ist... Der Alu hat seinen Trick wieder gemacht. Das Lustige ist, man hört das immer, weil er immer so ganz plötzlich seinen Satz abbricht. Hey, Minjas, du bist... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der wird oben in dem Keller sein. Minjas? Ja? Du warst doch eben bei ihm. Oder? Nein, ich war hier oben. Warst du bei ihm oder nicht? Der hat doch deinen Namen gesagt, oder nicht? Das hat jetzt nichts zu bedeuten. Ich war hier oben, hier war ich auf der Empore und er unten im Innenraum war er. Und jetzt schredet er nicht mehr, und das Licht ist aus. Wer wird es wohl sein? Schwierig. Lass uns mal das Licht anmachen, dann seht man mehr. Geh du mal da rein und mach mal das Licht an, bitte. Minjas, mach doch mal das Licht an. Minjas, mach du mal das Licht an, bitte. Nee, es muss einer... Mach das Licht an. Minjas? Mach das Licht an. Ich hab Angst, warte mal kurz. Dalu, bist du tot? Oh, ich höre Schüsse. Schüsse. Okay, Dalu ist es. Jetzt hat einer auf mich geschossen. Jetzt hat einer auf mich geschossen. Okay, Dalu ist es. Wo ist er? Unten, oder? Ich hab Angst. Nee, ich sehe ihn nicht. Hier ist die Tür offen. Warum? Ich bin unten. Ich bin unten. Wo ist er? Warum leuchten jetzt die ganzen Gegenstände hier? Was sind das? Wieso haben wir eigentlich das Dichtig angemacht? Ja. Ah, wer schießt? Oh, oh. Ich hab sie sehen. Ich hab sie sehen. Der war hier. Ich hab sie sehen. Wo ist er jetzt hin? Oh, das ist echt creepy. Schieß ihn doch ab, Jack. Er ist es. Schieß ihn doch ab, Jack. Super. Ich glaub, ich... Er ist es wirklich. Ich hab ne Scout. Es wurde die ganze Zeit nur mit einer Scout geschossen. Die Shotgun hat jemanden gekillt. Nein, ich glaub das nicht. Er ist es wirklich. Ich kann es nicht glauben. Der würde niemals jemanden töten. Wie? Ich hab noch nie gelogen, die Runden. Du bist jetzt immer recht. Du bist komischerweise schon wieder am Leben, sozusagen. Verstehst du? Natürlich nicht am Leben. Ich bin ja auch ein guter Inno. Dieser Runde. Ich bin ein guter Inno. Was bin ich? Ein schlechter Traitor. Ja, genau. So sieht's aus. Hallo? So, Freunde. Ich hab mich mal gebutet. Ey, sag mal. Geh's noch. Geh's noch. Jack, oben. Vertrau mir. Oder wenn du mich schießt. Dann erschieß mich. Komm, ich komm runter. Erschieß mich. Oh. Kacke, kacke. Was? War das Minias jetzt? Ja, natürlich war es Minias. Hab ich doch gesagt. Nee. Ich hab's nicht geglaubt. Ich verstehe das nicht. Dalo macht immer seinen Trick, obwohl er keine Gründe dazu hat. Ja, aber ich find's doch so immer direkt raus. Es war mir doch jetzt klar, dass Minias es ist. Es war doch voll einfach. Ah, okay. Denn er weiß, dass wir nichts wissen. Ey, du sprichst im Ingame-Chat. Wer? Ich? Ja, du. Wie geht das? Wie geht das? Wir sprechen Ingame. Du bist im Echo. Was hat mich gedrückt? Hallo? Echo? Jetzt nicht mehr. Hallo? Doch. Wieso? Immer noch auf. Ich sehe oben Minias dich eigentlich. Ich mach das aus. Hör mal auf! Ja, wie geht's denn aus? Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Bitte gern. Mach das aus. Tapp geht nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn du eine Konsole hast, mach Voice Enable 0 rein. Ich habe keine Konsole. Ich will. Ah, ich habe es. X ist das. X ist das. Okay, danke. Jack ist es. Wieso denn Jack? Feiert sich verdächtig. Bitte. Er hat eine Terrorismus-Mütze. Inno! Terrorismus-Mütze auf. Inno. 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 Ich bin nicht mein Mann. Er ist bei mir. Da, lo ist es. Ist es schon wieder Minias? Ja, komm, wir machen es mal so. Alle in den Hauptraum. Ja, ich habe eh keine Waffe. Ja, hier oben zieht. Minias zielt schon mal, ne? Ja, natürlich. Jack auch. Ja, Jack schießt. Jack schießt. Jack schießt. Wie hat denn hier ein Licht aus? Ah, nein! Ich bin es nicht, Mann. Das ist ein bisschen meine Knarre. Jack hat ihn erschossen. Minias. Er hat ihn einfach gekillt. Sind die jetzt alle tot? Scheiße, dann bist du der Einzige. Oh nein, du bist das. Ich bin es nicht. Natürlich. Ich werde es nicht sein. Nein. Wenn nur wer noch leben, dann kann ich es nicht sein. Ich bin es nicht. Ist schon wieder gemütet. Oh, was war das? Was frag ich mich jetzt allerdings auch? Was hast du da gemacht? Oh, Sack! Na, du, der Penner! Unglaublich. Unglaublich. Wer hat denn Minias erschossen? Ichke. Warum? Ich dachte, du wirst es. Du hast dich eindeutig zweideutig verhalten. Und deswegen bin ich auf dich los. Ja, und dann musstest du sterben. Ja, weil ich... Sterben. Und das hat dein Schicksal besiegen. So, wieso geht es jetzt nicht weiter? So, Inno. Inno, Mann. Lag hier nicht mal eine Waffe? Ich habe sie nicht. Ich habe ein Crowbar, hätte ich anzubieten. Früher... ...haben wir einen Half-Life-Clan aufgemacht und der hieß der Crowbar-Clan. Cool, oder? Ja, na klar. Hey, immerhin, wir haben eine Mod gemacht, die hieß... ...da konntest du Teletubbies töten. Crow-Mod. Crow-Mod. Innocent. Inno. Inno. Und diesmal tatsächlich. Schon wieder. Also Jack ist es. Fischkopf ist es. Ey! Okay, irgendwas ist hier explodiert, Leute. Das war Minias. Ich habe mir sehen, der war da im Gang. Das ist Jack. Das ist hundertprozentig Jack. Weil, wie er Inno gesagt hat, so sagt nur ein... So sagt nur ein Trainer. Ah, da ist es. Er schießt. Er schießt auf mich. Er ist es. Ich schießt überhaupt gar nicht. Hör auf zu quatschen. Ich habe nicht mal eine Waffe, Mann. Aber er trifft nicht zum Glück. Er schießt hinter... Alter! Okay, es ist Jack. Dalu. Wieso denn ich? Ich habe gesehen, wie er Minias getötet hat. Bitte? Dalu! Dalu! Wie sicher ist deine Aussage? Ich war dabei. Das reicht. Was ist das für eine scheiß Knarre, Mann? Yes! Ich stand die ganze Zeit hinter dir, Bitchkör, aber ich hätte dich erschießen können. Warum hast du das getan? Ich habe doch alles geregelt. Ich habe doch alles geregelt. Wie sicher ist das? Okay, es reicht. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Hier, der Raum ist gut geschützt. Ich habe dir den ganzen Müll vorgelegt. Oh Mann, so... Weiter geht's! Weiter geht's, Mann. Nimm deine Eintasche und geh. You're fired. Vielen Dank. Oh, ein Schachbrett. Okay. Er wird's jetzt wohl sein, da bin ich's wieder... Auf Wiedersehen, Jack. Mann, wir sind auf Wiedersehen. Dalu war's, Dalu war's. Ich werde jetzt verschwinden. Bin bei Dalu, bin bei Dalu, bin bei Dalu. Dalu hat das nicht ausgemacht. Das ist sehr verdächtig. Ich habe's wieder angemacht. Und verschwunden. Wer hat's ausgemacht? Frage ich mich auch. Wer hat's wieder ausgemacht? Ich nicht. Der Trailer war's. Wer hat's ausgemacht? Dalu? Bist du wieder hingelaufen? Ich glaube, Dalu ist es. So ein Quatsch. Verschwinden die Waffen nach dem... Dalu zieht auf mich. Ich bin nicht mehr in deiner Nähe. Fischkopf lügt. Das ist so auffällig. Ich bin oben, für alle Leute, die es wissen wollen. Oben im Hauptraum. Und Fischkopf lügt. Hab ich wieder eine Waffe. Oh, oh, oh. Minias, 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 Minias. Wer ist denn? Fischkopf. Minias? Ja, ich leb noch. Fischkopf ist es. Fischkopf ist es. Ja, Fischkopf ist es. Wo bist du? Ich bin oben im Hauptraum. Auf dem Dachboden. Oben im Hauptraum bin ich. Was hast du eine Waffe? Ähm, so eine, was ist das? Maschinenpistole. Er ist auf jeden Fall noch unten. Obwohl, er kann... Ich hab die Knöchel wieder gebrochen. Das ist doch scheiße mit den Treppen hier. Jack ist, glaube ich, im Keller gestorben. Das heißt, Fischkopf kann auch von oben kommen. Okay, Leute, ich bin wieder gebutet. Ich hab die Schüsse nicht gehört. Und ich bin nicht gut in dem Spiel. Jack ist auf jeden Fall im Keller gestorben. Also musst du hier aufpassen, dass er nicht von oben kommt. Das ist sehr, sehr ungünstig. Ein paar Bilder sind... Jetzt muss ich einfach nur Gaming-Skill beweisen. Und den hab ich grad nicht dabei bei diesem Spiel. Ich sehe auf jeden Fall im Keller die Leiche. Scheiße. Scheiße, ich muss irgendwie... Ich muss darauf hoffen... Darf ich, warum der Traitor nicht redet? Das ist doch eindeutig. Ich muss darauf hoffen, dass die beiden sich doch noch irgendwie... Das ist doch eine coole Aktion. Mir ist sogar echt drauf reingefallen. Aber auf jeden Fall ist es die Person, die wir noch sehen. Hä? Okay. Das heißt, sie dürfen mich jetzt lange einfach nicht finden? Und wenn sie mich jetzt nicht finden... Dann vermuten sie irgendwann, dass sie es doch gegenseitig sind. Und das ist jetzt der Plan. Scheiße. Wieso reden die nicht? Wieso reden die nicht? Stopp, 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 stopp. Du bist es nicht, oder? Nein. Du bist es nicht. Bin ich nicht. Komm, ruhig raus. Moment, Moment, Moment. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Jetzt muss ich die Leichen suchen von den anderen. Wie kann man denn sehen, wer da liegt? Kann man gar nicht, oder? Ja, jawohl. Alt E. Jetzt ist es so weit. Das mach ich, aber dann macht er nichts. Hat doch jetzt. Ach, das ist Jack. Oh. Fuck. Oh, okay. Menios! 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 Sorry, Minyas, ich dachte, du bist so geil, wie er hinter dir stand. Ich habe einfach das Licht angemacht und habe hinter mir jemanden kommen hören. Ich habe auch wild drauf losgeschossen. Ich habe mich auf einen Meter herangeschlichen, als du die Leiche schickst. Ja, ja. Ich habe einfach nur die Schnauze gehalten. Ich habe so gehofft, dass ihr irgendwann doch zweifelt, weil ihr mich nicht findet. Ich habe Minyas zwar angeschossen, als er das Licht ausgemacht hat, nur weil ich dachte, also wieder angemacht hat, weil ich dachte, du wärst das. Wir sind übrigens bei 22 Minuten, nur so. Oh, letzte Runde? Ja, eine Runde. Ja, eine geht noch. Okay. Einmal darf ich noch später sein. Fuck, ey, ich bin so schlecht. Innocent. Du, du Quatsch, Korb. Und ich habe immer nur so schlechte Waffen, das geht mir voll auf den Sack. Nur den Piss hier. Okay. Jack ist es. Nein, wieso denn? Wieso soll ich denn sein? Macht ja keinen Sinn. Okay, er ist es. Wieso? Er ist doch gerade jetzt. Er ist durch und ich bin Inno. Ich bin Inno. Ich bin bei Minyas. Hauptraum. Ja, ich bin bei Minyas. Und ich habe auch keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Jack hat eine Para. Ich bin bei Jack, 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 Jack. Warte, ich. Jack, 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 Jack. Jack, 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 Jack. Guck mal, wer hat jetzt gerade geschossen? Ich weiß es nicht. Ingame. Dalu hat geschossen. Dalu hat geschossen, ne? Weißt du, und schon? Von oben auf der Empore, ich habe ihn schießen sehen. Oder Minyas lügt. Ja, ich habe ihn ja auch gehört. Ja, ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Aber Dalu ist es. Ich habe dich aber gesehen, als ich bin ja mit den anderen drei unterwegs. Ich bin doch unten bei euch. Er hat gesagt, ich bin da oben geschossen. Ich bin hier. Wo denn? Hier. Da, oh. Er hat gesagt, ich bin oben und ich stehe die ganze Zeit hier in dem Raum. Dalu ist es. Das ist Dalu. Wer war denn denn da oben? Warum war doch jemand hier? Ja, da oben war jemand. Minyas hat gelogen. Wieso rennt ihr weg? Du läufst doch nur hier rüber. Minyas haut ab auf einmal. Wieso rennt ihr? Minyas ist weggelaufen, ne? Ja, direkt als erstes, als ich unten war, ist er abgehauen. Okay, Jack. Ja? Wo bist du? Jack, Fischkopf ist bei mir. Ich bin unten. Wo unten? Ich komme zu nah. In diesem komischen Raum. Personal Space. Personal Space. Personal Space, okay. P.S. Minyas ist, da unten ist Minyas. Ich habe nicht mal ne Waffe, genau. Er lügt, er hatte eine. Er hat sie weggeschossen. Ich habe keine Waffe, wir sollen nicht machen. Minyas. Ah, wer hat geschossen? Dalu. Wer ist es? Ich habe geschossen. Dalu hat geschossen. Dalu hat geschossen. Ich habe geschossen, weil er Traitor ist. Jack, wo bist du? In oben, in diesem Gang. Ich habe nicht mal ne Waffe, ich kann mich nicht mal, wenn es unfair ist. Ich bin mal Dalu, 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 Dalu. Da, Jack ist hinter uns, er hat ne Waffe, er ist hinter uns, er ist hinter uns. Ich entspannt euch. Wieso denn? Weil Minyas ist der Pro. Achso, er kommt nach ran, er kommt nach ran. Minyas ist es hundertprozentig. Okay, Minyas ist unten. Wieso soll ich denn auf ihn zielen? Minyas hat sich überhaupt nicht beschwert, als er auf ihn geschossen hat. Jack ist ganz nah hier mit der Shotgun. Leute, Leute. Dreht er denn gleich durch? Leute. Ja? Minyas hat sich überhaupt nicht beschwert, als er auf ihn geschossen hat. Richtig. Wie, was soll das heißen? Das ist sehr straight. Sind wir jetzt ein? Hundertprozentig. Sind wir uns jetzt reinig? Wir sind uns einig. Und wenn er es nicht ist, dann ist es Jack mit der Puppe. Ich verstehe gar nicht, warum ihr mich nie verdächtigt, wenn ich innocent bin. Stimmt. Du verhältst dich halt immer. Weil du dich immer verrätst, wenn du Traitor bist. Schieb. Ja, aber was ist es, was ich denn immer tue? Minyas, wenn du es nicht bist, dann komm doch in die Mitte. Komm doch zu. Der kann ne Bombe gelegt haben, oder? Ne Bombe vielleicht. Meinst du? Minyas. Der weiß noch gar nicht, wie das geht. Okay, Minyas ist es. Leute, sobald ich Minyas sehe, schieße ich auf ihn. Definitiv. Hab ihn gesehen? Wo war er? Wo war er? Hier unten. Er war es nicht. Er war es nicht. Ey, sag mal, warum schießt du denn auf mich? Jack oder Dalu. Es ist diesmal wirklich Fischkopf. Okay, Dalu ist es. Dalu ist es. Jack. 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 Jack, vertraue mir, bitte. Ich kann. Dalu hat recht. Ich verrate mich immer. Da, er schießt, er schießt. Entschuldig, schieße ich auf dich. Er schießt, komm. Jack, hilf mir doch mal. Ich hab noch sechs Leben. Alter. Ich hab mir tötet. Er war nicht. Er soll die Scheiße. Ich will töten ihn. Jack, du ziehst. Das zieht nicht mehr. Ich weiß, dass du es bist. Wieso denn Ecke? Nein. Jack war es. Ich hasse es nicht. Jack, du bist gut. Der war nicht schlecht jetzt. Jack, du bist echt nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Naja, dann. Jetzt macht er mir Angst, der Jack. Noch eine Runde? Vielleicht in der nächsten Folge. Wer weiß es. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.